Rudi Wehenberger, können Sie sich über diesen Sieg nach der Verletzung von Kozian überhaupt freuen? Natürlich freue ich mich über einen Sieg. Ich verstehe nur nicht, dass Schiedsrichter Ritzinger so hart spielen hat lassen. Auch Rapid hätte es nicht nötig gehabt, weil es eine gute Mannschaft ist, so eine harte Linie in der Spielzeit zu bringen. Ich bin sehr enttäuscht über Rapid.